Der Mittelfeldspieler zog sich gegen Rekordmeister Bayern München am Samstag 0 zu 2 bei einem Foul von James Eine Schien- und Wadenbeinverletzung zu und verließ auf Krücken die Arena Trainer Domenico Tedesco gab zwar leichte Entwarnung, Sportvorstand Christian Heidel wollte aber nichts ausschließen Einen Vorwurf machte Tedesco James aber nicht Ich glaube, dass er den Ball spielen wollte, sagte der Schalker Coach Die Königsblauen sind mit vier Niederlagen in die Saison gestartet Die Königsblauen sind mit vier Niederlagen in die Saison gestartet Einen Vorwurf machte Tedesco